Wer gerne selber mit anpackt, wer gerne Herausforderungen annimmt, wer seine Power auf Touren hält, der ist in der Logistik genau richtig. Wir bewegen gigantische Mengen, optimieren Prozesse und Tourenpläne, nutzen modernste IT und lieben es, im Team zu arbeiten. Und jetzt brauchen wir Verstärkung. Am liebsten Sie. Dabei sein, wenn's passiert. Starten Sie durch bei uns in der Logistik.